Zu Kassel! Kassel! Geht euch gut! Ja! Es ist so toll hier zu sein. Das ist der Wahnsinn. Das Wetter ist super. Ihr seid super. Einfach Hammer. Ähm, ich würde gerne immer wieder erklären, wie wir auf diesen Namen Yamatame gekommen sind. Aber irgendwie habe ich immer den Eindruck auch wieder, dass ihr es schon wisst. Nein? Wie denn? Okay, passt auf. Unser Name ist entstanden durch die ersten beiden Buchstaben von jemals unseren Namens. Das heißt, weiß jemand, wem die ersten beiden Buchstaben gehören? Schreibt mal... Schreibt mal alle den Namen? Jazz! Applaus für die liebe Jazz! Wer weiß, wen die nächsten zwei gehören? Jazz! Applaus für die liebe Mads! Ja, wisst ihr denn, wer das TA hat? Tama! Ich hab's nicht verstanden. Tama! Wer ist Tama? Tama! Tama! Ja! Applaus für TA Tama! Applaus für die letzten zwei Buchstaben. Das ist die... Tama! Applaus! Okay Leute, heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Nicht nur wegen dem Wetter, auch nicht nur, dass wir nur hier für euch sein dürfen in Kassel. Sondern ein ganz, ganz lieber von unserem Team. Der hat nämlich Geburtstag, den Niklas. Und für den wollen wir doch alle mal Happy Birthday singen. Jaaa! 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 Alle kommen! So ein Bock, der Warmeister sogar! Applaus! Applaus! Und alle zusammen! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Niklas! Happy Birthday to you! Kasselos, ein Tja! Niklas! Da ist der Niklas, der von dem Ring! Da! Der Björter! Alles Gute zum Geburtstag, Niklas! Wir gratulieren dir gleich Backstage! Machen wir ja! Okay! Danke auch für das Team! Ja, vielen Dank fürs Mitsehen hier! Der kriegt schon mal echten Popstars und Geburtstagständchen, oder? Ja! Wer kommt nicht zu meinem Geburtstag? Wir werden's auf jeden Fall tun! Aber erst mal singt ihr noch einen, oder? Ja! Wenn jetzt kommt... Dann gehen wir! Weiß jemand, wer jetzt kommt? Was kommt denn jetzt? Nein! Nein! Okay, ihr wisst es nicht! Wir hatten gestern Premiere hier! Und den nächsten Song, das kommt? Jetzt!